Ich grüße euch ihr Lieben zum nächsten Tagesimpuls-Orakel und zwar heute für den 10. Oktober 2019. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich danke euch für euer Interesse, auch für die schönen Kommentare und dass euch das auch hilft. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und ja, ich habe wie immer ein Orakel-Deck und ein Lennarmor-Karten-Deck mitgebracht und ich werde euch daraus den heutigen Impuls ziehen. Es gibt ja auf meinem Kanal auch immer Wochenvideos und auch Liebesorakel und auch zu anderen Themen. Und das ist halt sozusagen so der tiefere Impuls, der vielleicht auch die Seele berühren soll. Themen, die euch vielleicht gar nicht bewusst sind, die sich heute zeigen. Ja, ich sehe gerade, das wirft hier in den Schatten. Ich habe heute das erste Mal das Licht aufgedreht, weil es so dunkel ist. Es ist nachmittags und der Raum, wo ich bin, ist eigentlich sehr hell. Aber es ist so dunkel. Und ja, aber das geht im Moment nicht anders. Aber ich hoffe, das stört nicht so sehr. Und ja, hauptsache die Karten kann man sehen. Okay, da muss ich dann eher ein Bücher lesen. Deine persönlichen Einhörner sind bei dir. Da schaue ich dann gleich nach, was die Karte uns sagen will, die Einhornkarte. Und ich mische noch eine Lennarmau-Karte dazu. Und dann schauen wir mal, was die persönlichen Einhörner dir sagen wollen. Und hier habe ich die Karte, die Wege, also die Entscheidungen. Dann schauen wir mal, bei welchen Entscheidungen auch dir deine persönlichen Einhörner helfen. Oder was die uns sagen wollen. Wir sind an deiner Seite. Du hast diese Karte gezogen, da deine persönlichen Einhörner jetzt direkt neben dir stehen. Und dich auf deinem Lebensweg begleiten möchten. Wir alle haben persönliche Einhörner. So wie wir Schutzengel haben, die immer an unserer Seite stehen und bereits unseren Lebensplan kennen. Die Einhörner begleiten uns wahrhaftig bei jedem unserer Schritte. Ihre Führung ist stark spürbar. Lerne wieder mit ihnen zu kommunizieren. Ihre Botschaften und Zeichen wahrzunehmen und öffne dein Herz. Und lade sie ein, hereinzukommen. Gib ihnen ihren Platz in deinem Herzen zurück, auch wenn du sie bereits schon in deinem Leben integriert hast. Möchten sie dich immer wieder mit dem Ziehen dieser Karte wissen lassen, wie sehr sie dich lieben. Um dich immer noch näher zu fühlen, kannst du eine Verbindungsaffirmation kreieren oder die nun folgende anwenden. Voller Liebe bin ich jetzt auf allen Ebenen meines Seins mit meinen Einhörnern verbunden. Ja, das ist eine ganz besondere Nachricht. Also ich habe jetzt richtig auch Gänzehaut bekommen wieder. Also deine persönlichen Einhörner, das ist so wie dein persönlicher Schutzengel auch, stehen jetzt, also die stehen sowieso immer an deiner Seite, aber jetzt anscheinend ganz stark. Deswegen haben sie sich jetzt auch gezeigt. Und also nachdem ja die Wegekarte eine, also für Entscheidungen steht, ähm, hat sie mir irgendwie ein bisschen schief, ähm, denke ich, dass du halt wirklich deine Einhörner auch ansprechen kannst, eben für Entscheidungen. Vielleicht musst du heute irgendwas, ja heute oder in den nächsten Tagen, oder du denkst vielleicht über eine wichtige Entscheidung nach, dann kannst du dir deine persönlichen Einhörner zu dir rufen, ins Leben rufen und sie um Hilfe bitten oder auch diese Affirmation, die ich gerade vorgelesen habe, verwenden. Entweder sprichst du sie oder du schreibst sie dir wo auf und klebst sie dir wohin, wo du sie immer wieder siehst. Ist natürlich nur, wenn du gern mit den Einhörnern arbeitest. Manche können sich das gar nicht vorstellen, die können sich vielleicht einen Schuhzegel vorstellen, aber sonst keinen, äh, anderen, äh, Wesen, die man nicht sehen kann. Vielleicht kannst du dir auch keinen Schuhzegel vorstellen, aber das macht nichts. Also du musst dir das auch nicht vorstellen können oder sehen können, sondern einfach, ähm, ja, das reicht auch, wenn du sie einfach, äh, anredest, innerlich oder auch laut, wie du magst, ja. Also die sind trotzdem da, weil viele sagen oft, naja, oder mit dem Engel, ne. Also ich habe ja sehr früh mit englischen Kontakten gearbeitet, habe ich jetzt noch, aber da habe ich auch noch, ähm, ja, das, ähm, für die Zuschauer gemacht. Ich habe auch früher so Engel-Channel gemacht, wo ich eh wieder am überlegen bin, ob ich die wieder machen soll vielleicht. Und, ähm, ja, da haben auch viele gesagt, ja, sie können sich das gar nicht vorstellen und so, aber das ist einfach, ähm, das kommt von selber, wenn es so sein soll. Und so ist es auch eben mit den Einhörnern, ne. Aber du kannst auf jeden Fall mit allen, ja, äh, geistigen Wesen arbeiten, auch wenn du sie nicht siehst oder spürst. Na gut, dann, heute geht es also speziell ganz stark um dich, dass du zu dir findest, eben, wahrscheinlich musst du irgendwelche Entscheidungen treffen, und dann, ja, werden dir die Wesen, so wie eben die Einhörner, gerne helfen. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Dabeisein und ich schicke euch ganz liebe Grüße und, ja, dann bis zum nächsten Video. Alles Liebe, Tschüss, Baba.